Am 14. Februar 2018 wurde der neue BMW X4 der Öffentlichkeit präsentiert. Nutzen wir die Gelegenheit und vergleichen das neue Modell mit seinem Vorgänger. Das ist das Modell der ersten Generation. Auf der rechten Seite sehen Sie den neuen BMW X4, das Modell der zweiten Generation, das hier die neue Farbe Flamenco-Rot trägt. Sofort erkennbar ist hier die größere Active Airstream-Niere, durch die nicht nur die Kühlluftzufuhr reguliert, sondern auch der Kraftstoffverbrauch optimiert wird. Außerdem stellt der neue adaptive LED-Scheinwerfer einen erkennbaren Unterschied zwischen erster und zweiter Generation dar. Ebenso neu gestaltet sind die Lufteinlässe mit sechseckigen Nebelscheinwerfern. In der Seitenansicht wird die Entwicklung zu einer noch sportlicheren Erscheinung deutlich. Die coupéhafte Linie wurde durch ein flacheres Dach und eine kraftvolle Schulterpartie über den muskulös ausgestellten Rathäusern verstärkt. Dadurch erhält der neue BMW X4 sein unverwechselbares sportliches Erscheinungsbild. Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn man das Heck der ersten Generation mit dem neu gestalteten Design der zweiten Generation vergleicht. Das sportlich flache Gesamtbild wird durch die schlanke Heckscheibe unterstützt, während das eingezogene Greenhouse den hinteren Teil der muskulösen Heckpartie betont, das dem Fahrzeug einen kraftvollen Auftritt verleiht. Die schmalen Voll-LED-Heckeleuchten mit ihrer dreidimensionalen Oberfläche unterstreichen die Breite des Fahrzeugs. Das Kennzeichen ist an der Heckschürze platziert und nicht mehr an der Heckklappe, wodurch der dynamische Charakter unterstützt wird. Vervollständigt wird die verstärkte dynamische Erscheinung durch die neuen Auspuff-Endrohre links und rechts. Die Spitzenmotorisierung für den neuen BMW X4 ist der bewährte 3-Liter-Benzinmotor mit 353 PS, der für ein erhöhtes Drehmoment optimiert wurde. Auch im Interieur gibt es einige attraktive Veränderungen, beispielsweise das einladende Ambiente-Licht. Ausgesuchte Materialien und eine hochwertige Verarbeitung ermöglichen zusammen mit der Instrumententafel in Sensatec ein völlig neues Interieur-Erlebnis. Das Instrumenten-Display überzeugt mit einem optional erhältlichen hochauflösenden 12,3 Zoll-Bildschirm. Das neue Control-Display wurde auf 10,25 Zoll vergrößert, ist freistehend angeordnet und kann als Touchscreen mit Gesten, durch Sprache und natürlich mit dem iDrive-Controller bedient werden. Die komplett neu gestalteten Sportsitze mit Kontrastnähten bieten einen hervorragenden Seitenhalt. Zusätzlich tragen Kniepads zum sicheren Halt bei Kurvenfahrten bei. Eine weitere Ergänzung ist eine Ablage für kabelloses Laden für kompatible Smartphones und ein neuer Wi-Fi-Hotspot für die Passagiere. Zu guter letzt bietet der neue BMW X4 ein großes optional erhältliches Panoramaglasdach. Es reicht bis über den Rücksitz und lässt den Fahrgastraum heller und größer erscheinen. Das war nur eine Auswahl der zahlreichen aufregenden Neuerungen. Wenn Sie mehr über den neuen BMW X4 wissen möchten, besuchen Sie unsere Website auf bmw.de slash x4. www.sdk.adson.de www.sdk.adson.de Untertitelung des ZDF, 2020